Ja, mein lieben Zuschauer, was geht? Ich bin's, euer Dark Ruelink. Tja, damit habt ihr nicht gerechnet, nicht wahr, mein lieben Zuschauer? Oh man, seid ihr wirklich die Brows und Browsines von Ruelink? Ist ja unfassbar. Also, ganz einfach, Ruelink ist aktuell an der Uni, deswegen, ja, habe ich jetzt die Kontrolle über sein PC, voll krass, Alter, ich kann jetzt tun und machen, was ich will. Richtig krass, ist übrigens Halloween, perfekter Zeitpunkt. Tja, der wird eine böse Überraschung erleben, wenn er zurückkommt. Und das kann ich euch versprechen, meinen lieben Zuschauer. Ja, heute habe ich vor, perfekt zu Halloween natürlich, ihn so einen Prank anzusetzen. Na, ich glaube, ich tue mal die Brülle hier weg, das muss ja jetzt nicht sein, ne? Ihr kennt mich ja alle, ich bin ja Dark Ruelink. Ja, ganz einfach, als ein Prank für ihn hatte ich mir so vorgestellt, dass wir sein absolutes Hassgame auf der Switch spielen, ein bisschen, ne? Sodass, wenn er zurückkommt und dann die Switch anmachen wird, ne? Also, ne, er die Switch dann nächstes Mal spielen wird. Wird er eine schöne Überraschung bekommen, denn er wird dann sehen, was zum Teufel, wer um alles in der Welt hat, soll jetzt Breath of the Wild gespielt. Wird er bestimmt irgendwie sowas ähnliches sagen. Das wird voll geil, Alter. Richtig krass. Tja, und da denke ich mal, ja, fangen wir an dann mit dem Gameplay von Breath of the Wild, ne? Ich bin mir sehr ziemlich sicher, er hat das Spiel schon lange nicht mehr angefasst, deswegen, das sind, glaube ich, hier seine Spiele, ne? Denke ich mal, und ja. Nehmen wir einfach mal Breath of the Wild und dann spielen wir ein bisschen Gameplay, ne? Und ja, das ist so gesehen der gesamte Prank, Halloween-Prank an ihm, ne? Für das, was er mir letztes Mal angetan hat. Das ist nicht zu fassen, ey. Das ist nicht zu fassen, was er die ganze Zeit durchzieht. Guck mal kurz das Game, das müsste ja hier irgendwie sein. Das hat er ja irgendwie hier dazwischen. Okay, das ist ja hier. Oh, come on. So. Ich hab's. Ich hab's, mein lieben Brows-Mosins. Ich hab's, keine Sorgen, macht euch keine Sorgen. Und hier ist das Game, Breath of the Wild, sein absolutes Hass-Game für die Switch. Ich weiß nicht, ob es wirklich sein Hass-Game ist, aber auf jeden Fall sein Hass-Zelder-Game. Voll krass. Ja, ihr würdet jetzt bestimmt erwarten, dass das für mich mein Lieblingsspiel wäre, weil ich bin ja theoretisch genau das Gegenteil von Ruedelink. Und ich muss sagen, es ist nicht wirklich 100% der Fall. Aber das werdet ihr sehen, wenn wir zum Gameplay starten. Dann werdet ihr sehen, warum, naja, es ist nicht unbedingt mein absolutes Lieblings-Game. ist, weil es gibt da einige Elemente, wo ich mir so denke, yo, for real. Aber das werdet ihr sehen. Ist das Game überhaupt drin? Oh, yo, seht ihr das an, Alter. Hier ist das Game drin. Krass, ey. Okay, hat er das, wo seitdem, wann hat er das zuletzt gespielt? Ich hab keinen Plan, Alter. Letztes Jahr hab ich ihn eh nicht gesehen, also mal gucken. Ja, ich hab auch nicht viel zu sagen, meine lieben Brows-Mosins. Deswegen würde ich einfach sagen, wir sehen uns gleich beim Gameplay, ne? Von Browright, richtig krass. Und, äh, ja. Ich würde sagen, dann bis gleich, meine lieben Zuschauer. Ja, bis gleich, ne? Ja, meine lieben Zuschauer, wir sind hier beim Gameplay. Bevor wir mit Browright starten, ne? Ich will euch noch kurz eine Sache mit euch nochmal kurz gucken. Wann er denn nämlich zuletzt das gespielt hat? Um einfach wirklich zu gucken, wie krass dann, äh, ja, dieser Point dann letztendlich sein wird. Weil wenn er vor kurzem erst gespielt hat, dann können wir das ja vergessen. Wisst ihr? Ja, übrigens, wie ihr vielleicht hier schon sehen könnt, hat der Final Three Houses gezockt, anscheinend. Ich hab voll sein Gameplay abgebrochen und so, denk mir, yo, Alter, der kann mich malen, ne? Jetzt bin ich hier. Voll krass. Weil die Nintendo Switch hat einfach voll eines der schlechtesten Sicherungsmechanismen, weißt? Du musst nur dreimal denselben Knopf drücken und bumm, bist du halt schon in der Switch. Da, äh, bist du einfach schon in der Switch drin. Denk mir, yo, Alter, Nintendo, ne? Nur so zur Info, wenn's um die Sicherheit geht von den, von euren Konsolen, macht einen richtig schlechten Job, Alter. Ich erinnere mich, als ich noch die anderen Zelda Games mal gespielt habe, ähm, und dort ein Game Over, also halt, ihr auch so ein Prank, so ähnlich, ähm, gemacht habe. Für Reelink damals, das war vor Jahren, ne? Dann war das auch mega einfach, die Konsolen zu machen. Und jetzt, guck mal, es ist 2019 und Nintendo hat nichts gelehrt, Alter, unfassbar, ey. Okay, naja, wie auch immer, ähm, dann lass mal hier weitergehen, ne? Fire Emblem Three Houses war ja zuletzt, aber, oh, okay, wie erscheint, ja. Gehen wir mal halt alle Software, dann sehen wir ja sofort, ne? Gehen wir hier runter, oh mein Gott, da war ich ein bisschen zu weit, ähm, ja. Okay, ähm, Skyrim, ne? Hat, okay, also er hat ungefähr zu dem Zeitraum, zwischen Skyrim Release für die Switch und Super Mario Odyssey, ich denke mal, das war dann 2017, ne? Hat er zuletzt das gespielt, oder war das 2018? Anfang 2018 war das, naja, wie auch immer, ähm, wisst ihr Bescheid ungefähr, wann er zuletzt das gespielt hat? Das ist natürlich richtig gute Nachrichten für uns, weil das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass der Point nämlich krass sein wird, denn wir das hundertprozentig erwarten, dass wir, äh, ja. Ja, weil er wird sich bestimmt denken, wer das zuletzt gespielt hat, oh man, wenn er das erfährt, dass ich das bin, oh man. Naja, oh mein Gott, da war ich ein bisschen zu weit, aber ist nicht schlimm. Oh mein Gott, das ist genau 15 Uhr, ist das dein Ernst? Ähm, ja, wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil Wurling ist zwar an der Uni, aber um 16 Uhr kommt er zurück, ne? Und, ähm, ja, ich hab übrigens die Jalousien zugemacht, ähm, einfach nur, damit es nicht so auffällig ist. Keine Ahnung, ich hasse das Licht, ehrlich gesagt. Ja, ähm, ja, und, äh, ich würd sagen, ich, ähm, wechsel nochmal kurz die Switchkarte, ne? Ist ja bei der Switch, hier ist übrigens das Game, ne? Ähm, ja, wir wechseln das nochmal kurz, ne? Die Karte und, ähm, ja, schwimmen ein bisschen Brust for White. Ihr werdet sich schön überraschen, das ist voll krass, Alter. Kannst kaum erwarten auf seine Reaktion, wenn er kommt, aber, naja, wie auch immer, äh, ich würd sagen, ja, bis gleich da, meine lieben Zuschauer. Oh, das wird ein Spaß. Ja, meine lieben Zuschauer, so, ähm, ja, sie sieht man sich wieder. Ähm, ja, wir werden jetzt, ähm, Breath of White spielen, ein bisschen, ne? Ähm, wisst ihr was, nun meine Sorge ein bisschen? Ist, ich weiß nicht, warum Ruheling das hier irgendwie so mega blöd bei, äh, sich das hat, aber er hat anscheinend nur ein Bildschirm, also hoffe ich, dass das mit der Facecam klappt. Aber das werden wir ja sehen, ne? Oh boy, warum hat er das nicht gefixt? Ein neues Update ist verfügbar, aber da kann man 100% sehen, wie lange er das nicht gespielt hat, okay, wer hätte das gedacht? Aber der kann nicht mal. Wir machen, wir starten nur die Software, brauchen jetzt keine Updates extra runterzuladen, nicht wahr? Ja, so, und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Software, ne? Äh, also, mit Breath of White. Ja, let's go. Mal kurz ein bisschen leiser, das ist ja, muss ja jetzt nicht sein. So, okay, ich muss auch, ab und zu werde ich vielleicht, äh, den TV-Mode switchen, um zu sehen, ob die Facecam läuft. Aber ich verlasse mich jetzt erstmal drauf. So, Breath of White, alter Schilder. Fortsetzen? Ich könnte ein neues Spiel machen und einfach mal überschreiben. Master Mode, was zum, okay. DLC erworben, alles klar, okay. Ähm, ja. Bisschen ungewöhnlich, muss ich zugeben. Ähm, in anderen Zelda Games hast du ja immer so ein Opening bekommen. Eigentlich richtig krass. In diesem Zelda Game, wie ihr ja sehen könnt, anscheinend, gibt's das nicht. Oder Nintendo hat wohl nie was davon gehört, ein bisschen komisch. Oder hört ihr was? Ich höre nichts, okay. So, was ist das? Ähm, oh, guck mal, da seht ihr ja sofort das Datum, wann zuletzt er das gespielt hat. Na, 10. Januar 2018. Holy shit. Okay. Warum hat der, okay. Nun, da ist ja, ist ja geil. Was, was sind das denn? Letzte Prüfungen und so? Ähm, ja, wo sollen wir denn mit hier weiter starten, ne? Ist ja eigentlich das Autospeichern, das hat er hier manuell gespeichert. Ist ja wieder Autospeichern. Ähm, stand mir damit. Ähm, diese Datei laden. Ja, kann ich nicht vielleicht hier einfach auf, da drauf. Das ist ja schön, quasi, ne? Ähm, anfangen. Update, warum Updates? Ja, ähm, starte die Software neuem als Rückkehr. Alles klar, gut, ähm, wir fangen mal hier an. Autospeichern, who cares, ne? Und, ja. Okay, ähm, dann bin ich mal gespannt. Okay, ich hab, das ist ja, okay, lass mal sehen. Wie weit ist er denn zuletzt hier gewor- Ähm, gewesen. 118 Coworks Seeds. Okay, 79 Schweins. Also ist, äh, Brother White ist einer meiner Lieblings Zelda Games. Nicht das alle, da nicht das allerbeste, also mein absolutes Lieblings Zelda Game. Aber, ähm, ja, ist schon auf jeden Fall sehr weit oben. Ne? Und, äh, ja. Okay, wo sind wir hier zuletzt gel- Äh, 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 was zum... Wieso war Whirling zuletzt hier? Okay. Ähm, ja. Ähm, okay. Ja, man kann ja hier nochmal springen. Ähm, was zum... Okay, alles klar, da war einfach mal irgendein Wildschwein und so. Ähm, ja. Gut, ähm, ich... So, ähm, was... Ich bin am überlegen, was wir jetzt machen könnten. Ne? Ähm, ja, weil halt... Was wir jetzt machen halt hier in World of Wild, ne? Das ist ja hauptsächlich erkunden, Apfel- äh, Äpfel sammeln und so. Das ist ja hier, das Gold Plateau. Hier, nimm mal alles. Dankeschön, so. Okay, kann man hier... Yeah, voll geil. Kann man hier rumfliegen und so, richtig cool. Dankeschön. Nimm mal alles, nimm mal alles mit, ne? Jetzt mal kurz gucken, wo wir... Wo ist denn hier Inventar? Kann man ja kurz zuletzt sehen. Okay, Holzwelle, Axt. Warum ist das Master Sword 40 und nicht 60? Äh, da bestimmt nicht abgegradet. Dieser Noob. Also halt Reelink, ne? Okay, ähm... Alles klar, hier ist das... Oh, ne, das wollte ich nicht. Äh, okay. Nein, hallo, Tagebuch. Okay, Besiegegännen. Hat er das nicht schon gemacht? Okay. Äh, da seht ihr das an, wie viele Schweins er noch nicht gemacht hat. Okay, die hat er geschafft, aber die nicht. Okay. Ja, ich expose ihn mal ein bisschen. Nein, ein bisschen mag ich ihn blamieren, was er halt alles nicht geschafft hat. Bist du Bescheid? Richtig krass. Alter, wie viele Schweins hat... Äh, also Cycles hat er denn nicht geschafft? Holy shit. Ah, guck mal, da unten steht's ja. Versteckte Schreine gefunden und so. Okay. Erinnerung, was zum... Okay. Ja, wie auch immer. Ähm... Ja, wir kommen mal. Ähm... Ich wollte nur ein bisschen spielen, nicht lange halt, ne? Ist ja halt nur... Kleiner... Frank und so. Ja. Ich find's voll geil, dass man halt keine... Äh, dass dieser Hirom-Music nicht mehr hier erscheint, ne? Die klassische Zelda-Hirom-Music, ne? Gibt... Hört ihr ja nicht. Richtig krass. Was willst du? Tschö... Hallo. So, okay, alles klar. Dankeschön. Herder mit, ihr. Richtig krass. So, wir können eigentlich direkt zu Ganon gehen. Whom... Wer um alles in der Welt ist... Ich hab keine Ahnung. Sollen seine Freunde wiederum da sein? Ist mir egal. Ähm... Hat er nicht irgendwie... Der hatte doch zuletzt... Ja, lass mal da mit. Wie aktiviert man das? Normal. Ähm... Okay, ist... Das ist... Ja. Ähm... Okay, ich hab... Okay, vielleicht funktioniert das nicht. Ähm... Listen. Oh, guck mal, es wird gespeichert. Yeah, der wird sich voll freuen. Das ist mir voll geil. Okay, Hyrogas. Dann nehmen. Okay, dankeschön. Richtig krass. Ähm... Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm... Warte mal. Ich weiß, warum. Dann muss man... So, und... Wo sollen wir das Archäerchen tun? So, okay. Wollen wir mal ein bisschen rumfahren, ne? Es regnet natürlich. Also könnt ihr nicht klettern. Das fand ich... Finde ich ein bisschen blöd. Kannst du nicht hier losfahren? So, auf geht's. So, fahren wir mit dem Motorrad durch, äh... Hyrule, ne? Weil, warum nicht? Richtig krass. Hier... Äh... Ich meine, es ist typisch Zelda, ne? Wie ihr es ja kennt, ne? Da fährt man ja... Oh mein Gott. Okay, hier kann man halt nicht. Das ist ja voll blöd. Okay. Ähm... Richtig fair ein bisschen, okay? Don't judge me, Alter. Ja. Ich versuch nochmal hier ein bisschen euch zu zeigen, ne? Brother White. Eines meiner Lieblings Zelda Games. Richtig krass. Und zu zeigen, ähm... Ja. Was das Game alles machen kann. Ja, was das Game... Alles, äh... Oh mein Gott. Warte mal, lass mich mal kurz. Nein. Ich will mich kurz, ähm... So. Ich will mich kurz warten. Ja, wir können mal hier in der Nähe gehen. Einfach mal hier durch. Turm der Ebene, ja genau. Gehen wir hier hin. Und dann fliegen wir nochmal kurz durch, äh... Hyrule, ne? Ein bisschen. Und dann wende ich eigentlich auch die Aufnahme. Ich wollte mal ein bisschen halt euch zeigen, ne? Von Brother White. Richtig krass. Und, äh... Willink hat anscheinend ja das dann doch fast komplett durchgespielt. Bin nicht erwartet, ehrlich gesagt. Okay, deswegen bin ich ein bisschen schockiert. Aber, okay, wie auch immer. Der wird eine schöne Überraschung erleben, wenn er zurückkommt. Ich muss mal ganz kurz gucken, äh... Und, äh... Und, äh... Und, äh... Ja, dann lass mal hier... Ja, richtig krass. So. Und fliegen wir mal hier durch. Was zum? Was ist das? Ach so, das ist irgendein Wächter. Kann mich mal... Ich fliege mal direkt zu Hyrule Castle, weil warum nicht? Und, äh... Soviel dazu. Nämlich zerstörbar, ne? Richtig krasses Feature von Brother White, ne? Hast nicht mehr einen schwerten Schild, wie immer. Ja. Ich würde auch gerne, ähm... Mich einmal sterben lassen. Aber wisst ihr, was das Problem ist, meine lieben Browsmuseums? Und das ist auch der Grund, was ich nicht so toll finde von, ähm... Brother White. Ähm... Das Spiel ist anscheinend sehr... Zu schwer, oder viel zu schwer. Für viele. Auch ein bisschen für Reelink ist daher Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu krass. Deswegen, wenn ich hier sterben würde, würde es keinen riesengroßen Unterschied sein, als früher bei den Zelda Games, ne? Bei früheren Zelda Games, wenn du da gestorben bist, war das schon eine krasse Sache, weißt du? Aber hier in Brother White, wenn du hier stirbst, dann ist eigentlich... Keine großartige Neuigkeit oder neue Sache, ne? Ich sage mal hier alles parallel ein, ne? Ähm... Weil du halt hier viel zu häufig stirbst, weißt du? Und, äh, ja. Ich habe zwar jetzt auch nicht so viel, ähm... Herzen, aber... Meine Güte, das Wetter ist ja hier nur am Regnen. Gibt es hier... Warte mal, habe ich nicht hier irgendwie ein... Besseres, ähm... Bessere Kleidung habe ich nicht irgendwie meine Kleidung hier irgendwo? Ähm... Warum brennt ihr überhaupt mit so einer Kleidung? Ah, guck mal, hier, oh, ist ja voll geil. Ausrüsten, let's go, let's go. Ey. Oh, guck mal. Das bin ich, ey. Voll geil, irgendwie geil, okay. Ja. Okay. Meine Kleidung richtig cool. So. Ich sprint ein bisschen schneller, ähm, ne? In dieser Kleidung, besonders wenn es dunkel ist übrigens, meine lieben Brossmusins. Äh, Brossmusins, meine Zuschauer meine ich ja. Ihr seid ja nicht meines Brossmusins. Ihr könnt mich mal alle, wenn ich ehrlich bin. Ja, guck mal, da ist ein Wächter, aber das kann mir vollkommen egal sein. So. Ähm, ja. Ich wollte eigentlich mich töten lassen, aber, ähm, wir gucken, vielleicht lassen wir... Oh mein Gott, hier ist wieder ein Jäger. Ich weiß, ihr seid meine Freunde, aber, ähm, jetzt ist nicht der beste Zeitpunkt. Zum. Ah, hey, was geht? Was zum? Oh. Der Wächterschild ist zerbrochen, okay. Habe ich nicht hier einen besseren Schild? Oh mein Gott, Alter, okay. Ja, das ist halt so eine Sache, die ich nicht so schön finde, wenn ich ehrlich bin. Äh, oh mein Gott. Alter, ich bin hier fast tot, okay. Ähm, ähm, das ist ja nicht so fast, ne. Hier, halt auch hier alles hier schön beraten. Ja, maximal Heilung, so. Okay. Oh, okay. Ähm. Äh, einfach geil. So. Oh, guck mal, wir haben ihn direkt besiegt, okay, bräuchte ich nichts zu machen. Richtig krass. So. Übrigens, als ich mal gesagt habe, dass, ähm, ich das Licht hasse, damit meine ich, äh, das Sonnenlicht. Also, ich fühle mich jetzt mega scheiße, was soll die Scheiße, warum ist hier Sonnenlicht? Was machst du denn hier, Alter? Verschwinde! So. Oh mein Gott, ähm, das ist ja nicht zu fassen. So, was haben wir hier? Doppelschussbogen, okay, nicht schlecht. Äh, Rubine, dankeschön. Alter, äh, Winning ist hier vollbrauchen, was geht, nicht zu fassen. Und was willst du machen, ne? Okay. Richtig krass. Ne? Also, du kannst dich ja richtig erkunden, ne? Und kannst dich halt direkt auch klettern, richtig krass. Das kann dir kein normales Seller-Game, weißt du, da musst du ja extra immer was ausrüsten, anscheinend. Hier kannst du direkt klären, richtig cool. Und, äh, ja, ich wollte eigentlich so viele untypische Seller-Elemente wie möglich euch hier zeigen, aber, naja, war wohl nichts. So, hey, was geht? Guck mal, was ich hier habe. So. Ähm. So, und wir sind mal hier kaputt machen, ne? Weil, warum nicht? Ich habe ja das Master-Schwerbe, das ist ja kein Problem. Der Winning schön vorbereitet und so, weißt du. So. Hab ich ihn, hab ich geparriert? Ich habe keine Ahnung. Aber er ist tot, okay. Oh, Mann. Eigentlich sind das meine Freunde, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich ist er voll scheiße, weil ich die alle zerstöre, aber, naja, wie auch immer. Äh. Was getan werden muss, muss getan werden. Ich muss nämlich hier vorankommen, ne? Warum ist das so weit entfernt? Ich dachte, wir wären schon längst drin. Oh, mein Gott, was willst du denn jetzt? Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? So, einmal geparriert. Und der ist instant death. Okay, direkt getötet. So. Okay, ähm. Ja, ich glaube, wir haben dann alles, ne? Warte mal, was willst du denn? Bats, Alter, so. Verschwindet das mal auch hier? Ey, voll geil. Okay. So. Weil Ganon, unser Master. Okay, was willst du denn? Alter, ich will nicht hier in aller Ruhe zu Hyrule Castle. Dann kommt hier eins nach dem anderen. Dann nehmen die Kollegen. Muss man hier richtig treffen. Ja, komm. So, boom. Alter, richtig krass. So, ein bisschen mehr, ne? Na, so auf Spaß einfach nur, ne? Willing wird sich voll wundern, wenn er nächstes Mal hier ist. Warum treffe ich dich nicht? Okay. Okay, komm. Schieß ab. So, boom, Alter. Was zum? Wer hat nochmal getroffen? Okay, das habe ich nicht erwartet. Okay. Du bist ein richtig spezieller Fall, wie es scheint. Hier, boom. So. Im Moment, Feuerfall. Äh, kannst du mal... Warum werde ich immer rangezoomt, Alter? Ist ja nicht zu fassen. Okay, der ist tot. So. Ähm, lass mal hier weitergehen. Ja, dankeschön. Antike fehl, der brauche ich. Ist mir egal, so. Kann ich nicht hier irgendwie mich in das Schloss reinwarfen? Hier irgendwie? Guck mal, wir sind aktuell hier. Ich wollte eigentlich hier rein. Äh. Naja, ich glaube, hier ist sowieso gefährlich genug für Willing, wenn er hier zurückkommt, ne? Also, ich kletter nochmal hier diesen Berg hier hoch und dann, ähm, ja. Oh, guck mal. Voll krass. Ja, dann, ähm, banne ich mal das hier lieber. Äh, die Aufnahme, denn wenn Willing nix mal hier wird, ähm, ich finde, da nachher noch. Soll ich speichern? Ist ja eigentlich egal, ne? Oder wurde nicht Auto gespeichert irgendwie vor kurzem? Krass, ne? Es gibt nur einen, aber Autosave. Weißt du, richtig krass, voll brutal. Ja, ähm, soll ich speichern? Ebene von Hyrule. Na, guck mal, ist ja eigentlich auch. Oder, soll ich hier speichern? Ich meine, an wen kümmert es, ne? Ähm, ja, komm. Speichern wir, weil... Der, der wird sich wundern, dann speichern. Auf geht's. So, erst mal live euch mal gezeigt, dass ich gespeichert habe. Der wird sich voll wundern. Und so, richtig krass. Schon mal einer seiner Weppen, äh, einer seiner Waffen kaputt gemacht. Richtig cool. Und ja, ähm, ich würde sagen, ich bände dann auch die Aufnahme. Meine lieben Zuschauer, das sollte ausreichen als ein Prank für ihn. Das heißt, wenn er nächstes Mal hier spielt, ne? Dann wird er sich voll wundern, was zum Teufel ist hier passiert und so. Das wird mega witzig. Und ja, meine lieben Browsomusins, äh, Browsomusins, meine lieben Zuschauer. Und Haters natürlich, ihr seid alle hier willkommen, ne? Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und, ähm, ich würde sagen, Ich würde sagen, dann, ähm, viel Spaß mit der Reaktion von Willink, wenn er kommt. Das wird witzig. Ich werde in der Zeit schon längst weg sein, ne? Also macht euch keine Sorgen wegen mir. Und, ähm, ja. Ähm, und, äh, ja, ich habe nicht viel zu sagen. Ich, 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 ich beende einfach jetzt das Video. Ich weiß es nur, viel Spaß mit der Reaktion von Willink, weil das wird mega witzig sein. Und, äh, ja. Happy Halloween, sage ich mal so. Oder viel Spaß mit dem Prank. Oh, Mann. Yo. Dann, äh, tschüss, meine lieben Zuschauer. Das war der Prank für Willink. Das wird ein Spaß, wenn er zurückkommt, ne? Yo. Dann, äh, yo. Tschau dann, ne? Oh, Alter. Fertig mit der Uni. Ich kann es nicht fassen. Ich muss mir mal meine Tasche wegtun. Warum müssen die Universitäten immer so lange gedauern, die ganzen Vorlesungen? Ist ja nicht zu fassen. Egal. Es ist zwar Halloween, aber... Jetzt mal eine Runde feiern mit dem Zucken. Feiern mit dem Frühjahrers. Bin ich zuletzt stehen geblieben. Was? Zum Teufel. Warum ist... Okay, first of all. Warum ist das hier? Wer hat das da entfernt? Was soll denn die Scheiße, Alter? Ey. Ich könnte so auslassen. Ich schwöre, ne? Wenn einer... Wer war zuletzt auf meiner Switch? Was soll die Scheiße, ey? Ist ja nicht zu fassen. Both of all. Really? Oh mein Gott. Okay, lass mal... Ich starte mal. Ich hasse es zu starten, aber lass mal gucken, was da zuletzt ist. Weil wenn jemand hier meinen Spielstand gelöscht hat, ich würde so ausrasten, Alter. Das wäre so eine Scheiße. Wir haben alles in der Welt, hat das überhaupt gestartet, diese Scheiße, ey. Okay, fortsetzen. 31. Oktober... Was? Wer war das zuletzt? Warum bin ich hier mitten in Hyrule Castle? Was? Oh mein Gott, ich schwöre, ne? Okay, mein letzter... Ich könnte ausrasten. Paul, sehe ich das richtig? Warum ist die Kamera an? Was soll denn die Scheiße? Warte mal, ich möchte kurz Fernsehen anmachen. Aha, die Kamera läuft die ganze Zeit. Alles klar. Okay, wunderschön. Was soll denn die Scheiße? Warum läuft die Kamera? Oh mein Gott, ey. Okay, ähm... Ich schwöre, wenn das Dark Reeling gewesen wäre, ich raste aus. Ich... Ich hatte so einen stressigen Tag und jetzt noch... Scheiße, ey. Wie auch immer, ähm... Keine Ahnung. Das ist, äh... Das wird bestimmt wieder sein, von Dark Reelings Pranks zum Kotzen, ey. Okay, ähm... Wie auch immer, ich glaube, ich lade das dann auf YouTube hoch. Ist ja jetzt egal. Ist ja Halloween, passt ja dann anscheinend. Äh... Meine lieben Brows-Mosins, bestimmt seid ihr hier seit dem Anfang, ich könnte ausrasten, Alter. Ähm... Ich kam gerade von der Uni und ich weiß nicht, wie ich euch das erklären kann, aber ähm... Anscheinend hat zuletzt jemand Brother White gespielt, an meiner Switch ist zu fassen, ich könnte so ausrasten, weißt du? Aber hier zuletzt in diesem ist Fire Emblem drin, weißt du? Ich könnte so ausrasten, welcher Trottel war das? Das war bestimmt Dark Reelings, nicht wahr? Wenn ihr irgend so ne scheiß Pranks gemacht habt, ich könnte so ausrasten, mein lieben Brows-Mosins. Ich bin völlig fertig mit den Nerven, das ist so ne scheiße, jetzt muss ich das noch fixen. Äh... Meine lieben Brows-Mosins, ähm... Falls das anscheinend ein Prank gewesen ist, mein Glückwunsch, ja, es geschafft, mich zu pranken, so eine Scheiße, ey, ich könnte so ausrasten. Äh, ja, ähm... Also, nur so zur Info, falls wir nächstes Mal irgendwas auf der Switch aufnehmen und ihr seht, dass halt Brother White zuletzt anscheinend gespielt worden ist, nur so zur Info, ich war das nicht, ne? Nicht, dass irgendjemand auf die blöden Gedanken kommt und ich war das, weil ich hasse dieses Game bis zum Gegner, ist ja das schlechteste Zelda-Game ever. Und also, ach, das ist doch so eine Scheiße, ey. Oh, Mann, naja, was willst du machen, ne? Okay, ich räume das hier nochmal auf, weil das ist ja nicht zu fassen, ey. Und, äh, ja. Happy Halloween, mein lieben Brows-Mosins, ey. Der kommt mal von der Uni und dann soll eine Scheiße passieren, noch, weißt du? Äh, naja. Äh, ich bin froh, dass ich bis 16 Uhr heute hatte, alter. Wär's bis 18 Uhr, dann wär's, glaub ich, noch schlimmer, aber... Oh, Mann, okay. Ähm, ja. Dann, äh, ja, meine lieben Brows-Mosins. Äh, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin mega demotiviert und sauer und keine Ahnung, wie ich das beschreiben kann, aber... Ja, äh, fast es überhaupt irgendwie ein Video war, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr habt bestimmt auch einen Spaß gehabt, nicht so wie ich gerade, aber okay. Egal, ich versuche das hier zu fixen und, äh, das nächste Video wird wahrscheinlich... Ich hab ja jetzt lange nicht gepostet, äh, ne? Aber, äh, nur so zur Info, Luigi's Mansion kommt ja heute so gesehen raus, ist ja Halloween, weißt du? Und, äh, ja, ich werd dann versuchen, dann Luigi's Mansion für euch aufzunehmen, ne? Äh, kann sein, dass es das dann nicht am Halloween dann passieren wird anscheinend. Wie so eine Scheiße hier jetzt passiert ist, ist nicht zu fassen. Naja, aber Luigi's Mansion kommt so ein Gameplay, nur so zur Info, mein lieben Brows-Mosins. Und, äh, ja. Dann, vielen Dank fürs Einschalten, denke ich mal, wie auch immer, so eine Scheiße. Wenn ich Dark Willink noch einmal sehe, Alter, wenn ihr das nochmal macht, Alter, dann gibt's Krieg, Alter. Ich könnte ausrasten. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, mein lieben Brows-Mosins anscheinend. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim Gameplay. Ja, bis zum nächsten Mal. Stay draußen, denke ich mal. Happy Halloween, in Burgings. Unfassbar, ey.